Hi, hier ist der Stefan von Reitling. Ich wollte euch jetzt zum Wochenende noch ganz kurz ein Update für den Wingman anbieten oder werden wir zur Verfügung stellen. Und zwar die Wingmans werden sich dementsprechend auch selber updaten, insofern sie live gehen. Das heißt, in der neuesten Firmware haben wir sehr viel Wert auf das Thema Schlafen, Gehen und Aufwachen gelegt. Und auf die Wiederverbindbarkeit in verschiedenen Szenarien. Da haben wir jetzt sehr viel Zeit und Mühe in das Testing und auch in die Entwicklung gesteckt. Wir hoffen damit ein sehr gutes Ergebnis erreicht zu haben und freuen uns, euch die Firmware da zur Verfügung zu stellen. Einfach nur den Wingman starten, hochfahren. Die Firmware-Version ist die 058.2, die ihr bekommen werdet. Und mit dieser Firmware werdet ihr ein besseres Erlebnis bezüglich des Trackings dort haben. So, jetzt natürlich auch nochmal quasi der Hintergrund, warum dauert das manchmal so ein bisschen länger als bei der App, wo wir ja jetzt zum Wochenende Combine Rights, Android ist schon draußen, iOS warten wir jetzt nur noch auf die Freigabe. Aber warum dauert das immer so lange? Also wir haben ja den Wingman und wir entwickeln die Software natürlich auf dem Computer. Aber wir haben keine Testumgebung auf dem Computer. Also es gibt keine Simulationsumgebung unserer Software für den Wingman. Das heißt, wir schreiben Code, wir kompilieren, hauen das auf den Wingman und dann testen wir das durch. Das ist ein sehr umständlicher Prozess und eigentlich auch nicht wirklich zeitgemäß. Aber eine Entwicklungsumgebung oder sozusagen eine Simulationsumgebung, wo alle Sensoren sozusagen auf dem Computer hinterlegt sind, wie sie beim Wingman werden, haben wir nicht zur Verfügung gestellt bekommen und ist für uns auch ein Projekt in sich, das zu groß ist. Das heißt, damit ihr so ein Gefühl habt, wenn der Wingman selber die Software kompilieren würde, also man könnte auch direkt auf dem Wingman programmieren, was ja ein Linux-Rechner ist, und man würde es da kompilieren, dann würden wir mehrere Stunden warten, bis der Core, also unsere Software, kompiliert ist und ausführbar ist. Auf dem Computer selber geht das in zwei, drei Minuten. Wir nutzen dazu sogenannte Drohnen. Das heißt, die Entwickler unter euch kennen das natürlich. Ihr habt eine Entwicklungsumgebung, ihr habt irgendwo ein Repository und aus dem Repository, wenn sich da eine Änderung ergibt und alle Changes werden in so einem Branch committed, so wie wir das immer machen, dann erzeugt er automatisch einen Core und schickt ihn uns zu. Dann nehmen wir diesen Core, packen den auf dem Wingman, fahren den Wingman hoch. Das dauert immer ein bisschen, sodass der Ignacio, der das zurzeit macht, mit dem Marcin zusammen, die häufig quasi einkompilieren, während sie den anderen weiterprogrammieren, weil sie einfach in einzelnen kleinen Stufen das sozusagen durchmachen. Das ist der eine Aufwand. Also das heißt, die Entwicklung an sich im Vergleich jetzt, wo du bei iOS zum Beispiel, der Ruben, der hat da eine sehr, sehr komode Situation oder auch bei Android ist es ähnlich, aber bei iOS, da hast du eine wunderschöne Entwicklungsumgebung, da hast du einen Simulator, da kannst du auswählen, welches iPhone du testen willst, haust deine Software drauf und spielst durch. Alles am Rechner muss sich nirgends will bewegen. Das Zweite ist, einige Tests funktionieren mit dem Wingman im Büro gar nicht. Typischerweise Bewegungen, GPS-Empfang dauert hier im Büro einfach viel, viel länger, weil bis ich von hier nach hier GPS bekomme, also hier liegt gerade ein Wingman, ist auch nicht möglich. Das heißt, viele Szenarien zum Testen ergeben sich erst wieder, wenn du rausgehst. Natürlich haben wir verschiedene Teststellungen hier im Büro. Das heißt, wie der Wingman eingebaut werden muss, wie der Wingman, wir haben extra so ein Messsystem, wo wir den Wingman festklemmen, um zu gucken, gewisse Beschleunigungs- und Schräglagen zu messen. Und dann geht das immer nochmal raus ins Feld. Das heißt, wir fahren hier irgendwie ein paar Mal im Kreis und gucken, ob die Basisfunktionalitäten gegeben sind. Und wenn du dann so weit bist, dann gehst du mehrere Stufen durch. Und wenn du dann da wieder einen Fehler denkst, dann geht alles wieder zurück und dann geht es wieder stufenweise weiter. Und das ist natürlich super ärgerlich. Und natürlich können dann dir im Testen dann auch Fehler passieren, wie zum Beispiel, ich habe gestern vergessen, den passenden Debug-Level einzustellen. Das heißt, ich habe zwar getestet, aber die ganzen Ergebnisse wurden nicht sauber aufgezeichnet. Also konnte ich es gerade nochmal machen. So zieht sich das immer hin. Und darüber, ich will nicht sagen, dass wir Zeit verlieren, aber darüber investieren wir sehr viel Zeit da rein, um dann auch teilweise nur sehr kleine Schritte als positives Ergebnis zu bekommen. Dies nur vorausgesagt, warum es beim Wingman alles länger dauert, mehr überprüft werden muss, viele, viele Szenarien dahinter sind, die wir testen müssen. Ob die auch so funktionieren, wie wir uns die vorstellen. Und daher dauert die Entwicklung auf dem Wingman leider immer viel, viel länger für kleine Themen, die wir brauchen. Und wir haben jetzt dadurch, dass der Ignacio sich da sehr, sehr tief reingegraben hat, haben wir architektonisch nochmal sehr viel verändert im Wingman, das für uns perspektivisch viele Möglichkeiten einfach noch bietet, das System besser zu machen. Naja, also wie wir halt gerne sagen, don't call it a tracker. Es ist kein Tracker, es ist echt ein intelligentes TCU, Telematics Control Unit. Wir waren auf einer Konferenz im Connected Vehicle Konsortium, nee, CMC Connected Motorcycle Konsortium und da haben wir ganz, ganz viele spannende Sachen gesehen zur V2X Kommunikation, die wir alle schon können mit unserer Hardware. Das heißt, wir sind so future-proof und das ist so ein Dinglisch hier gerade. Also wir wissen, dass wir damit viel mehr Potenzial haben, um in Zukunft noch viel, viel coolere Sachen zu machen. Ja, aber manchmal dauern gewisse Sachen einfach ein bisschen länger, als wir sie uns manchmal wünschen hier an der Stelle. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß. Dieses Wochenende soll ja nochmal ganz cool werden vom Wetter. Also nutzt das aus, neue App Combine Rides, Bilder hinzufügen, neue Firmware. Wir bleiben an den Themen dran. Ich muss ein bisschen die Webseite noch updaten und wenn ich das alles geschafft habe, dann bin ich auch ganz, ganz happy. Also, schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.